Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Call of Duty WW2. Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Alles klar. Mission starten. Haben wir noch auf normal. Sehr gut. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Das wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir. Aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf Ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Tja, dann legen wir mal los, wa? Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercore. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Shh, 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 shh. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und mich schalten Sie aus. Törner, das ist Ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach Ihrer und Sasmens Einlage in Marigny ist Feuerunterstützung Ihr Job. Okay, los geht's. Alle Mann unten bleiben. Schalldämpfer. Den Schampfschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf Ihr Zeichen. Den Offizier ausschalten. Für ein gelernter Schuss. Törner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ins Haus. Ja, wo ist der Schausschütze? Oh. Die sollen das nicht bemerken? Die sollen das nicht bemerken? Shh. Vorsicht. Gut gemacht. Bewegung. Sehr gut. Der Schausschütze gehört Ihnen, Daniels. Natürlich. Vorsicht. Langsam vorrücken. Was war das? Was war das? Oops. Scheiße! Ja, lief nicht so gut. Ja, lief nicht so gut. Vorsicht. Langsam vorrücken. Problem ist, ich komme hier nicht ran. Ich brauche eine neue Aufgabe. Was war das? Doch. Okay. Hallo? Identifizieren Sie sich! Was zum Teufel? Ist da jemand? No. Scheiße! Wir nutzen die nicht im Konto! Ah! Ah! Alter, das leise durchgehen ist schwierig. Hups! Scheiße! Scheiße auf den Zug, Mann! Das schaffen wir nie! Es ist immer noch Zeit! Alle zum Zug! Ich war nicht schnell genug! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Deutsche Schäferhunde! Wir haben eine Granate! Wir haben eine Granate! Wir werden nicht so verletzen! Wir werden nicht so verletzen! Wir haben eine Karate! Möchtest du nachdenken? Wir werden nicht so verletzen! Für uns zum Glück! Wer sind die Panzer? Wie lange können! Sie dürfen nicht so verletzen! Daniels, die Tür! Ja! Das ist doch ganz klar, dass wir aufschliegen. Daniels, steh auf! Alle, meine DG, los! Da riefst du mal. Wir müssen den Zug aufhalten! Na los, na los! Festhalten! Scheiße, vorne! Seid auf den Weg! Ja! Festhalten! Siehst du ihn? Da ist er! Drück aufs Gras! Gras, links! Wo ist die Straße? Da vorne, nach rechts! Ach, wo ist er denn hier? Was glaubst du, was ich hier tue, Mann? Ich brems nicht! Vorsicht! Was? Links, rechts! Das war nicht die richtige Suche! Dann kotzt da draußen, Mann! Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer! Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer! Scheiße! Feuer frei! Feuer frei! Wer in der Wege? Hat den Wagen wohl? Die Westen dann ab! Alter! Alter! Panzer! Mann, Panzer! Bist du besoffen? Wir müssen zum Vorderteil des Zugs! Weiter feuern! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Da kommt noch mehr! Eher! Im Kiel! Gut gemacht, Daniel! Wir bringen uns hier weg! Wir erwischen uns nicht mit der Kante! Oh, Mann, ey! Granate! Äh! Verstanden! Boah, das war knapp. Die Schrapnellen hätten uns euch erwischt. Alter. 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 Oh, alter Schwede. Boah. Alter, wie viel Glück kann man haben? Alter. Hier drüben. Heilige Scheiße. Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft. Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für fünf Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Plateau. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Der Verbandkasten ist soweit. Der Verbandkasten ist soweit. Steh, bring! Deine Ausgedeckung! A&T! Sie ist alleine! Ich brauche eine A&T! Registriere Aktivität! Darina! Granata! Abfluss! Steh auf die A&T! Ach, warte mal. Ich muss doch gar nicht. Volltretter! Sie rücken von Süden vor! Verunden! Scheinten! Was ist denn das? Rübe damit! Kommt! Geflogen! Ich habe ihn in die Beine! Einige keine automatische Waffe hier. keine gnade frage zu ach so das ist der name frage zeichnen noch stirbt er nicht Jetzt reicht's. Nichts geworfen. Blonny, geh weg! Was hat Call of Duty nur mit seinen Hunden? Moin. Zug gestoppt, Jungs. Ja. Ja. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? Ja. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Sie braucht sich für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Die Sprengung des Zuges hat Paris Zeit verschafft. Die Resistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei. Ja. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Auch wenn die Folge hier ein bisschen kürzer ist, 18 Minuten ungefähr, machen wir trotzdem. Weil, ja, das geht noch. Kann man auch machen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschau. .